Herzlich Willkommen zu einem neuen Video, heute ist der Tim wieder dabei, äh, diesmal kennt er und nicht ich, und er will auch die meiste Zeit sprechen und so, ja, dann starten wir mal. Ja, äh, ich bin jetzt der Tim und ich beginne jetzt erstmal in den Bus, obwohl, ne, wir gucken jetzt erstmal den Bus an, der ist recht schön, Cedra-Bus, ganz wichtig, weil Cedra-Busse sind die besten Busse, der, also, bin ich die besten, je nachdem, wie man es halt sieht, die meisten finden Mercedes die besten, ach, dann gehen wir mal in den Bus, ah. Ja, schöner Bus hier, ne? Naja, alle Busse sind ja schön. Oh. Dann machen wir erstmal C. Okay. 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 Ich schalte irgendwie an. Äh, das ist nicht, also, Cedra-Busse, dann, äh, und, äh, äh, ja, jetzt, ähm, kannst du nicht fahren, denn, jetzt kannst du das. Ah, fast ein schöner Tag, kann sich ja definitiv nicht beschweren. Du, wie blink ich nochmal. Ich nehme jetzt einfach erstmal die Vorfahrt, das erste, was ich in sowas immer mache, den anderen die Vorfahrt zu nehmen. Weil, wenn da vorne gerade die Polizei ist, wie lange wollen die da noch stehen? Okay. 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 Ah, fuck. Ich lege mich einfach mal ein bisschen ganz blöd zurück. Ah, ich habe auch wieder Ampel zu fahren. Naja, Ampeln warten ist ja mal so eine Sache. Warum vergesse ich eigentlich? Oh, boi. Dann fahre ich einfach mal durch die... Okay, nee, das funktioniert nicht. Äh, jetzt solltest du... Oh, guck mal, da steht noch ein schöner anderer Flixbus. Oh, guck mal, guck mal, guck mal. Oh, guck mal, guck mal, guck mal. Oh, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Oh, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Okay, jetzt geht's weiter. Ja, äh, ja, jetzt geht's weiter. Wir haben ja gerade den Platz gemacht, aber... Ja, das ist schön. Oh, wie schön, ja, toll. Ja, aber erst bald. Bald ist bald. Oh. Wir fahren ein bisschen zu schnell. Egal, da hängen wir ein bisschen die Autos roh hinter uns steht. Sogar meint ich ein Bus. Da ist es meint schon ein Bus. Doch, weil gerade eben... Ich dachte, das ist ein Bus und kein Küsen-Chat. Darum soll man sich also anschneiden. Weiß ich nicht. Weiß nur, dass man hier selber aufpassen muss. Das hoffe ich mal. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Was war das? Warst du hier schon mal in echtem Bus? Ah, hier war ja schon mal in echtem Bus. Oh Gott. Warst du hier schon mal. Warst du hier schon mal. Oh Gott. Warst du hier schon mal? Warst du hier schon mal? Sollte Und das gibt Punkte in Flensburg. Oh Gott, Ruhen geblitzt. Ist aber nicht gut. Glaube ich jedenfalls nicht. Scheiße. Ich komme in die Toilette nicht weit. Kommt dich jetzt. Kommt nicht ins WC. Kommt dich. Ja. Pfff. Das ist mal ein Traktor. Was geht denn hier ab? Ja egal, wir fahren noch mal ein bisschen um die Busse. Warte, 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 warte. Warte, 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 ich will es noch nicht aufwägen. Überdrücklich. Das ist der Kamerl.